Die Frage kommt ja immer wieder mal, wenn ich mit den Hunden unterwegs bin. Aber, was glaubt ihr denn, was passiert, wenn ich eine Zecke an meinen Hunden finde? Glaubt ihr, ich mache die nicht weg? Liene, komm mal hier. Zeig mal deine Zecken. Komm mal hier. So, also das hier, das ist eine Warze. Das hier ist auch eine Warze. Die Liene hat ein, zwei Warzen an ihrem Körper und das sind keine Zecken. Und dementsprechend werde ich natürlich auch keine Videos zeigen, in denen man vollgesogene oder festgebissene Zecken dann findet. Vielleicht hilft es ja.